In der Ausbildung geht es nicht nur um Fachkenntnisse, sondern auch um die persönliche Entwicklung. Dazu kann eine Erfahrung im Ausland sehr viel beitragen. Zum Beispiel ein Praktikum im Programm Go4Europe. Mechatronikerin Ronja Romold und Industriemechaniker Han Eberle haben es ausprobiert. Ich habe mein Auslandspraktikum in Irland gemacht. In der Firma, in der ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich in der Instandhaltung gearbeitet, habe dort Maschinen in Stand gesetzt, gewartet und sogar einen kleinen Schaltschrank gebaut. Ich habe mein Auslandspraktikum auf Malte gemacht. Das war eine kleine Werkstatt, die kleine Reparaturen und Wartungen durchgeführt hat, hauptsächlich auf Booten. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, weil es einfach eine wunderschöne Landschaft in Irland gibt. Wir waren viel wandern, wir waren viel unterwegs, haben uns verschiedene Städte angeschaut und haben auch viele tolle Leute kennengelernt. Coperion unterstützt diese Auslandspraktikas im Rahmen Go4Europe. Zum einen, weil wir unser Ausbildungsangebot attraktiv gestalten wollen und wir sehen einfach den Nutzen für unsere Azubis. Persönlich hat es mir gebracht, dass ich einfach für mich selbst erkannt habe, dass auch die Welt größer ist und dass da mehr Möglichkeiten gibt außerhalb von der eigenen Umgebung aus der Bubble. Persönlich würde ich sagen, ist man sehr viel selbstständiger geworden, da man auf einmal in einem fremden Land alleine klarkommen musste. Und fachlich habe ich sehr viel gelernt in meiner Praktikumsfirma. Ich habe andere Arbeitsweisen kennengelernt und natürlich auch das Fach Englisch. Insgesamt war es sehr schön und allgemein malte es einfach ein volles Paket auf einer Insel. Party, Strand, Erholung und Spaß.